Musik Zukunftsport ist eine fantastische Möglichkeit, um seinen Hund nahezu ganzjährig auszulasten mit Ausnahme des Sommers, wenn die Temperaturen zu hoch sind. Ideal sind der Frühling und der Herbst oder auch der Winter. Die Temperaturen sollten nie über 15, 16 Grad liegen. Kalt darf es sein, aber auf keinen Fall zu warm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017